ja moin willkommen zurück zu crosscode wir sind im blitz tempel dem sona jist tempel oder sona jist tempel mal gucken wann wir das neue element kriegen die rätsel sind auf jeden fall schon richtig geil freut mich dass ihr wieder eingeschaltet habt okay ne 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 ah da was geht so ne warte mal jetzt sind beide an aber ich verstehe glaube ich glaube wir müssen uns hier drauf stellen ja ich feiere das jetzt wieder runter glaube ja ja wir müssen drauf bleiben ja wir müssen darauf bleiben okay so natürlich was müssen diesen magneten da unten rechts wir werden aber wie ist die frage und ach so Natürlich, ich habe irgendwie gedacht, der Zaun ist hoch und ich kann da nicht drüber. Genau, blöd. Wieder das gleiche wahrscheinlich. Ich glaube, jetzt müssen wir das nochmal machen, oder? Weil am Ende, in dem da endet. Das ist geil. Ah, ich feiere es. Ah, jetzt sind wir hier und haben den Schlüssel. Das Ding ist aber, jetzt geht man halt nur da nach oben, nur für einen Schlüssel, den man halt hier einlöst. Aber man hätte ja auch direkt nach unten gehen können. Dann hätte man das oben skippen können, oder? Ich verstehe es nicht ganz. Naja, egal. Egal. Okay. Große Tesla Spule ballert alle weg. Gestehen. Gestehen. Äh. Gestehen. Ich glaube... So? Vielleicht? Ach so. Wir müssen beide. Okay. Ja. Auf das Loch noch stellen da? Nein. So. 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 Die sind halt, oh wie es liegt so hoch. Aber Nicht die ins Wasser packen? Nee Hä? Ehh Ehh Hä? Ah, okay, die sind... Doch, das geht. Die sind nur zu weit weg. Okay, dann sind wir da. Dann müssen wir das, glaube ich, so machen. Verstanden. Wir müssen nur die Schwule da unten rechts aktivieren. Alles andere ist egal. Ein Niki hier. Kann ich so, wa? Okay. Äh, ba, ba, ba. Nee, das war... Das Timing war scheiße. Okay, fuck. Ach, ach so, hier steht ja schon... Wo das hin muss. Okay, und das gleiche jetzt oben. All right. Nein! Jawohl. Oh, scheiße. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. God damn. Oh, God. Wir haben 18 Leben gehabt. Wow. Okay. Okay, ein Rochen ist da irgendwo oben. Also, das ist ein Schatten von einem Rochen. Mhm. Hier können wir aber noch nichts machen. Also gehen wir hier weiter. Äh, wir brauchen einen Schlüssel. Ach, auf Zeit. Okay. Beides auf Zeit. Ich glaube, alles ist auf Zeit, ne? Ja, okay. Ähm, was passiert hier? Können wir doch gar nicht... Doch können... Ah! Ich glaube, ich weiß. Genau. Ah, wir waren zu langsam. Das dauert ziemlich lange hier oben. Wow. Okay. All right. bin ich zu schnell gesprungen ach jetzt sehe ich es okay wenn ihr von oben aktivieren hier ist doch so ein ding hallo ja ich würde gerne dadurch aber dann ist ja das loch eh Moment. Können wir hier nach rechts? Nee. Bin ich einfach zu langsam gewesen? Ach, das war schon wieder falsch. Viel zu langsam. Oh. das geht da ist ein loch moment doch es geht und jetzt kommt er da lang ok so moment nein Nein. Yo, es ist sowas. Okay. Oh, what? Wo war das? Oh, what? Tür ist offen, aber warum... Wofür ist der Switch? Nicht erst, wenn wir den Schlüssel haben. Hier ist der Rochen ja auch irgendwie der Miniboss oder der Boss. Äh... Ah, ja. Damit kann man das von der Wand weg machen. Das macht das und das macht... Okay. Verstehe. Hier wird uns ja schon ein Weg vorgegeben. Okay. Hm... Achso. Dann muss ich hier eine Wand bauen, schätze ich. Würde das wenig Sinn machen. Ja... Okay, ich glaube ich habe es verstanden. Ich kann sie es nicht erklären. Gucken. Nope. Wie schnell soll man... Wie soll man da sein, ey? Okay. Okay, ne. Ja, stimmt. Das kann ja... Wir brauchen nur einen. Ja, überhaupt nur einen. Der muss dann nämlich hier hin. Voll. Da ist der Schlüssel. Cool. Hm, hm, hm. Oh no. Mini... Ne. Äh. Äh. Moin, Junge. Okay. Au. Ah! Okay. Ah! Okay, jetzt ist er... Oh! Okay. Ich bin irgendwie auch so getroffen. Nice, nice, nice. Äh... Warum sollen wir jetzt da das Ding switchen? Gar keinen Sinn. Oh! Natürlich! So, und dann geht es viel einfacher wahrscheinlich. Ach, ich habe es komplizierter gemacht, als es ist. Schätze ich, okay. Haha! Okay. Oh boy. Ähm. Aber wisst ihr was? Dieses Rätsel hier werden wir in der nächsten Folge weitermachen. Beziehungsweise starten. Äh. Vielleicht habe ich ja dann schon eine Idee. Ne? Das sieht nämlich ziemlich krass aus. Mit Timing und so. Na gut. Äh, jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Rätsel sind ziemlich knackig wieder. Aber ist geil. Macht Bock. Ja, schön, dass es mal wieder so ein Spiel gibt. Oder dass ich mal wieder so ein Spiel spiele mit so Rätseln. Gibt es irgendwie... Jezu wenig leider mittlerweile. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! 已經 einbaut了. Am Chair im Mineim. Am jour! Das ist schön. beginnen sehr wenn die 그러면 Magistain für uns zu sein. Umsprung. Kirchen da zu verletättern Μiem ions. Was vonJa. Dann wird dann vorlastetem.